Hi Leute, neuer Part! Battle for Heroes! Mit dem National Soldier. Oh, was geht schon los hier? Yeah! Ha ha ha! Ah! Habt ihr nächstes das gesehen? Zack! So wird's gemacht. Äh, neuer Part. Battle for Heroes. Ja, wie man sieht, Buccaneer Bay Winter Night. Mit dem National Soldier, hab ich schon gesagt, ne? Pizza da hinten. Pizza! Oh. Nix gibt's. Selber Schuld. Danke, das war... Ich hätte besser mal hier den gemacht. Der war nämlich echt nett. War doch. Sich einfach so dahin zu stellen. Sich abballern zu lassen von mir. Finde ich sehr nett. Fand ich jetzt wirklich... Hatte was. Oder nicht? Da war doch einer. Da war doch einer. Oder nicht? Na komm! Da hinten geht's los. Ich geh mal hier runter zu den Jungs. Uch, erschreckt mich nicht so. Wieso stellt er keinen Namen drüber? Wann die denn da? Hier wird der Ding gekniet. Komm her. Zack. Ja, danke. Läuft der richtig gut? Momentan. Momentan. Momentan läuft's gut. Und... Wahrscheinlich war der, der hier denn... Jetzt komme ich da hin. Wahrscheinlich genau in dem Moment, wo ich da hinkomme. Zack. Haben sie es erobert. Siehst du? Hahaha. Ich bin die Kacke. Ach. Holt mich bloß mit. Ja, hallo. Machst du denn da? Ach komm. Ich hab keinen Bock drauf. Das ist mir zu doof. Geh ich nicht Auto. Links, rechts, links, rechts, rechts. Hat das Auto geschrottet. Schade. Das war knapp. Wo ist er? Uah. Da. Das war knapp. Ich hab's nicht gesehen. Ah. Verdammt. Mist. Mist. Oh. Was ist hier? Nix. Ne. Gut. Und. So. Ja. Ja. Nix. Ja. Ich bin da. Ich bin da. Es ist ja ganz schön viele Kommandos in dem anderen. Kann das sein? Na ja. Einen Gunner habe ich da jetzt gesehen. Und sonst fast nur Kommandos. Hm. Ach du Scheiße. Was hast du mit meinem PC los ey? Merkt ihr wie truckelt? Nix mit dem Spiel zu tun. Das ist aller übelst mein PC. Boah. Wo ist er? Ach da. Ah. Jetzt hat er sich beruhigt. Gut. Ah. Guck mal da läuft. Ah. Siehst du jetzt auch Mando? Jawohl. Immer nachladen. Immer schön nachladen. Toll war. Oh. Ist aber. Nur Tanks. Ab und zu auch mal eine Granate schmeißen. Manchmal trifft man auch was. Gerade nicht. Egal. Die kommen von rechts. Rechts. Könnten einen Tank holen. Wenn es den keiner weg holt. Machen wir das doch mal. Ah. Hier oben geht die dicke Party ab. Immer weg hier mit deinem Flugzeug. Aber da noch einer hier. Boah. Shit. Ja. Das krieg ich noch. Schlecker. Schlecker 6. Ja. Schießt du doch auf mich. Hallo. In einem Team hier. Was? Wo schießt du denn hin? Au. Bäm. Was ist denn hier los? Leute. Mein Gott. I take Ah, Mami Scheiße Shit Schnell weg Schnell weg Mist Ah, Shit Maus Ist es wieder gesehen Glück gehabt Glück gehabt Funny Games, sagt er Naja, so funny war es nicht Immerhin Immerhin Liefer ganz gut Okay Schauen wir mal, ob wir noch mal auf den Maps sind Ja Hauen wir direkt die nächste dran So, komm her Du kommst mit Hier hängt das Auto rein Ich will mit Ja Wenn du noch fahren könntest, wäre noch besser Oh, übrigens, wenn ich wundere, dass ich diese scheiß Maske im Gesicht habe Habe ich heute mit der Klaue bekommen, sieben Tage lang Da kann ich es nochmal anziehen Oh, Typ, ey Meine Fresse Fahren will gelernt sein Na, keiner hier Doch Der kriegt schon direkt genug aufs Maul Der kriegt schon direkt genug aufs Maul Ach, hier Neptun-LP kommt dabei Oh, Shit Oh, Shit Diesmal nicht in der Konferenz Da Da